Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde What's Multiplayer Gameplay. Wir sind heute in einer 3 gegen 3 Runde mit Steffen und Motte gegen richtig gute Spieler am Start. Wir sind auf dem Mars unterwegs, das heißt es ist ein ganz normales Spiel, aber wir haben ein bisschen weniger Schwerkraft. Dementsprechend muss man seine Kanonen-Aims ein bisschen anpassen, man kann ein bisschen mehr World Spam zum ganzen Spiel hinzufügen. Aber das Game ist ein richtiger Banger, 35 Minuten, volle Action und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, also wenn ihr es noch nicht getan habt. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet damit eine Menge helfen. Außerdem lasst gerne ein Follower auf Twitch da, um nichts mehr zu verpassen und in diesem Sinne, let's go meine Freunde. Steffen, du darfst sogar Start machen, aber keine Eile, also mach wann ist dir danach beliebt. Nach geradeem trifft ja erstmal nichts mehr, Junge. Er versucht die ganze Zeit den Breitknopf zu treffen, aber ich will einfach ein bisschen Zeit schütteln, ich zittere noch. Bist du wieder auf Entzug oder was? Ja. Auf Fortentzug war ich. Gleiche, ist ja doch warum, warum nicht gleiche. So funktioniert Entzug meistens nicht. Moment mal, das wissen wir nicht, wie das funktioniert. Also ich zumindest nicht. Nein, aber ich vermute mal nicht, dass Entzug funktioniert, wenn du das gerade konsumierst. Ich war gerade in der Lobby, ohne zu spielen, das war für mich schon lange genug. Achso, okay. Dann ist krass. Krassos. Krassos. Oh, was ist das denn hier? Vergeht doch nicht so. Warum, was haben wir für einen Commander, Alter? Würtelt hier. Ja, ich sehe es. Dann frag doch nicht. Das beantworte ich in keinster Weise. Doch. Ich beantworte das genau die Frage. Ihr seid einfach die witzigsten Menschen, die ich kenne, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Öfter. Was sagst du andauernd? Das ist komisch, dass ich andauernd sage, ne? Geht. Ja, aber du bist auch ein komischer Typ, deswegen ist es halt nicht so gut. Du bist aber der komischste Mensch, den wir kennen. Oh, da kommen Swarms. Die mittlere Base kann unten Swarms übertragen. Ich weiß nicht, wer das von euch ist. Oh, nix. Ja, nix. Swarms und nix. Ich weiß gar nix. Ich glaub nicht. Und ist auch mal wieder epic. Da war nicht weiter, da ist noch alles drin, ne? Unten geht Laser. Probably. Aber lass sie mal. Das wollen wir mal nicht so sein. So. So. Ja. Ach Junge. Es geht direkt los. Da hat mir keiner ans Team gedacht. Außer einem. Brenne. Ich auch. Zu wem denn? Ist unangenehm. Der ist nicht gerade an. Boah, da kommen gleich richtig viele Swarms. Welches? Ja. Die Mitte baut nochmal zwei. Also sind vier insgesamt schon. Als ob wir Anti-Air haben, Alter. Ja, ich hab die schon gebaut. Ich hab auch schon gebaut. Was für ner Welt leben wir denn? Also ich hab keine. Kameradenschwein detektiert. Na genau. Ah. Ah. Weg mit dem. wie sau du oder kommen jetzt richtig viele aber meine meine gerne kann nicht so tief schließen ich könnte auch ich kann auch mal gerne bauen warum detektive angemacht jetzt sind wir doch wieder jeglicher logik jetzt einmal treffen stoppen einmal treffen glaube ich nicht so nämlich ich habe auch kassiert aber ich habe auch ausgeteilt ich kassiere richtig alter ach es ist mask gravity jungen ich denke mir was geht denn hier ja ich halte ich habe zwei swarms und laufen sind wir kaputt gemacht ich würde sagen ich würde es begrüßen wenn er auch was macht ach so er sagt auch so ich bin schon mal so direkt sein ich werde doch geplänt ich würde auch geplänt ich würde auch geplänt das habe ich gerade gesehen aber es ist ja mask gravity roben lässt drei bits da ich bin am float wie ein schwein wieso brauchen die golds immer die zehn minuten bis sie verstanden haben was sie eigentlich spielen lukas sagt vor zwei minuten bei seinem mask gravity ich vergesse es das ist irgendwo in mir ja immer noch oh da kommt der nuke das ist dann noch oh oh nö oh nö 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 es ist mask gravity ванchen zwischen natürlich das kann man nicht erinnern du hast vollkommen recht ich bin noch mal ready für so eine kombi ich gar nicht eigentlich es ist echt schwierig aber ich kann kann ist eine stadt warum willst du gar nicht spielen bis die ganze zeit tot irgendwie immer bist du tode ich verachte wie du dein team hängen lässt ich mache ich lasse niemanden hier hängen ich hänge schon die ganze zeit ja das ist doch nicht meine schuld doch wer macht dir so ärger unten und mitte mitte unten ist eigentlich egal also vor allem und mehr zig plasma laser ich komme damit gar nicht ran also werde ich nicht schildes stellt sich mal an alte schild gegen gegen laser ja aber die ich warum schießt noch auch auf mich was soll ich denn damit schilden oh 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 karte bremden was bringt ihr auf unser aktiver dass wir türen sehen oi ok will ich nicht unterschätzen jungen ja moin wof ich nicht behalten wollte ich nicht behalten wollte ich nicht behalten karte k Okay, all your days. jetzt kommt der mir mit smoke launch an wie kommt der überhaupt daran an meine gander haben die spion haben spiel solche menschen ja als ob die eine swan killt mein sniper kannst du dir nicht aussehen junge saugt doch weg den scheiß warum saugt die das nicht weg oder unten kommt mit rockets gleich wir sind so tot ich glaube du musst doch nochmal überdenken ich muss glaube ich einiges überdenken ok jetzt wird nichts die shot ganz unten müssen raus und ist keine reparaturstation steffen eigentlich erstmal feier oh ja was kommt denn da rein wer die flach ich bin tatsächlich verwundert dass ich überhaupt noch lebe ist doch nichts los wo digga unten da ist auch nicht ramazamba bei dem hm oh oh so passieren wilde sachen ja ich verliere alles oh digga auch mein dach die eine flach ist ja so wichtig gegen die rockets das hat junge was passiert denn hier oh lega oh oh je was ich dachte schon gegen die nein ist das denn wie viele beschissene kann da muss man eigentlich bauen damit die einen flach das gegen nukes immer gar nicht flach sind besser kein schlack aber noch flag und flach ich brauche jetzt wirklich ja bei mir ist der druck auch mal wieder etwas größer geworden doch weiter er war es ist nur nur mein gott er hat nur plasmas hunderttausend plasmas hat er aber hobbys die hat er nicht ja jetzt jetzt ist das nämlich weg da unten jetzt kannst du jetzt und so losgehen man da hier muss oh der hat verfehlt jungen nein ich habe auch verfehlt ja ja du bist so ein könig halte rein ich habe nichts ich hab gleich was weg damit junge weg damit ja tec ist auch weg kernschaden ja ja jetzt nicht wieder sterben wenn es eigentlich schon wieder gewonnen ist ist denn der obere nie mit sein wir müssen diesen ewigen schlong da auch mal ja schönes ding schönes ding ach das ist frech das war zu tief das ist das erste mal dass ich mich ein bisschen entspannen kann schön für dich die nuke ist so drunk ne oh mein gott oh mein gott ja wieso bricht das nicht wir müssen erzählen jetzt haben wir sehr viele gerne hier ach ich hoffe den mittleren mal erst beschließen weil er komme ich nicht auch drauf wo ich sehe die gerne erstmal jetzt von dem und hat jemand eine wasser da warte mal ich bin derjenige mit der werkstatt auch eine ich baue eine weil er ist ein bisschen sehr dreißer der der schwung ja hast du das gesehen oh mein gott das war wild brauchen wir einen smoke launcher ja ja es hängt immer noch den willst du das eigentlich erzählen es ist wirklich nur nervig ne warte du hochgeschossen willst du eine nuke schießen dann habe ich eine smoke oh hat die war auf den wind da geht doch die sonne auf da geht doch die sonne auf ja ja ok Es gibt es doch nicht Ja Wollte den jetzt der untere die Sachen machen Ja Weg mit dem Oh ist das herrlich Ja Leute Ja die Jungen die sterben doch Entschuldigung Ich muss noch ein bisschen Ich muss noch ein bisschen Ich muss noch zwei Sekunden Mal nicht rumholen Das sagt der Richtige Boah Digger Warum hat der denn so viele Gunner da hinten Okay das ist jetzt eine Überraschung Wer hat den Wer hat den Wer unter Also ganz unten ist der Wo wird der sich darunter gebaut Wo ist der Horwitzer Ja Digger Ach komm Ja die kommt Kommt die kommt Grate doch ab jetzt Ist der mit dir Da steht ein offener Horwitzer Der baut den ab Der wixer baut den ab Drauf Luca drauf Der ist weg Junge Das gibt es doch nicht Der wixer muss doch reißen Das kann nicht wahr sein Digga Ja 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 da Das muss reißen Was Junge das reißt nicht Ach wegen der Gravity Oh mein Gott ist das frech Wo sind denn diese Gunner alle Aber jetzt kannst du aber auch mal Trotz der Gravity Ja ich hab Also irgendwann ist das auch mal lächerlich Boah Junge dass wir das Spiel noch gewinnen Holy shit Das war ein krass Gorn der Barbars am Start Uff aber heute nur Richtig krasse Games So So Die Hand ist schon wieder Anti, ey, das ist so krank. So, jetzt aber, Junge, jetzt kommt, wie kannst du dich reißen trotz Masquerity, come on. Ja, aber den machen wir jetzt zu klein als. Ja, das ist so krank. Ja, das ist so krank. Auseinandernehmen. Ja, wie eben das, oder? 280.000 zu 270.000. Junge, wie anstrengend. Ich war so tot die ganze Zeit. Kannst du anstrengen? Ey, ich hab oben so oft die Frise bekommen von dem Oberen, von diesem Mad Halflock. Ja. 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 Ja.